Wir sind seit zwei Tagen jetzt hier in Tulum. Tulum liegt etwas südlich von Cancun und wieder an der Ostküste der Yucatan-Halbinsel. Wir leihen uns gleich Fahrräder aus und fahren dann zum Strand und gucken uns dort auch noch weitere Maya-Ruinen an. Und ja, jetzt zeigen wir auch noch so ein bisschen unseren Raum. Möge 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bienvenido a Bacalar. Ja, man muss immer irgendwie anders anfangen. Das war jetzt unser letzter Stopp in Mexiko, bevor es dann nach Belize geht. Wir sind gerade mit dem Bus von Tulum hierher gefahren und laufen jetzt zu unserer Unterkunft. Und es war verdammt kalt in dem Bus. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018